Guten Morgen! Heute haben wir eine spezielle Spezialität. Das ist ein Turkeeneck, roh und ich habe ihn in zwei oder drei Pfeifen geschnitten. Und das wird der Gruppe von 7 Monsters. Das ist heute frischer Trutharnhals. Den habe ich in zwei oder drei Stücke geschnitten, so dass ich sieben Stücke habe. Und immer roh, immer roh, immer roh. Und das ist jetzt eigentlich ein bisschen essbarer Snack. Na, wir haben die Kalkunenecke, rau. Ein bisschen aus Speerhut vor den Kleinten. Und da haben sie also nicht mehr an meinen Poten sitzen. Hier viel Pläser an Normaliter. Weil sie sagen, ich habe den noch nicht entdeckt, wenn sie denken, dass mein Brugopfräte löker ist, als an Kalkunenecke sitzen. Okay. Okay. Na, und ich soll jeder in so ein Ding es eigentlich packen und dann mehr wegloben. Ja, kijk es, die Schnürfosse, die haben das auch. Und Kaspar is still on my legs, Mr. Zorro. Take care, otherwise you will miss your piece. Da wurde natürlich mehr gespielt, da muss ein bisschen mitgespielt werden und gehopst werden. Und dann klaut man sich das gegenseitig und irgendwann versteckt man sich irgendwo und dann knacht man das auf. Auf. Now, they all try to hide later on somewhere. Oh, Asne, this is your clever girl. She has her piece there. Kaspar, don't eat my pants. And this Ella is your clever boy. He has also his piece. Jetzt haben wir nur noch Fräulein Volk und Skipper. Oh, ja. Oh, ja. Kaspar is playing with the piece. But, uh, Ella, yours, I still have no pet name. So, he is also playing with it, you see. And, Asne, your has also no pet name yet. She is very serious, eating her piece. She will have higher education, I think. So, now they are still here with it. Now, puppies, uh, they are now busy with the game that you can eat. And if you want to do that, that can, that I have you also written. the kitchen. Always dry. That can you also do that, you always put a piece of meat, everything except turkey. And don't cook, because then it's dangerous with the claws, the claws, they always eat. And what they are not eating is, the pots off, and then it's good. Now, you also can do this giving them always something raw meat, not pork. But always raw. If you cook it and can't eat it because it gets dangerous with the bone and they love it to do so and what they can't use they throw out they throw up and then it's no problem, they have a lot of fun with it and now they're using the tunnel to hide of course somewhere sitting in some hole but I can't see them where they are I saw them running in ah, ok ah, now he's out again Mr. Gash, I'm too quick ok, bye bye